Hallo und willkommen, ich bin Patrick Rudolf, euer Coach und Physiotherapeut. Das heutige Thema Faszien, Rollen, Wunderding oder Geldverschwendung. In dem Fall Geldverschwendung in diese Richtung, weil man glaube ich alle zusammen Tennisbälle, Nudelwolker und Nudelhölzer und solche Sachen zu Hause hat. Natürlich sind Nudelhölzer zum Abrollen, zur Selbstmassage etwas härter. Deswegen, wenn du dann überlegst, was für ein Aufwand das wäre, dann kannst du es probieren, am Anfang mit einem Handtuch, dass man eben über das Nudelholz zu Hause einmal das drüber probiert, ein Handtuch drüberlegen und dann anfangen wir das ganze Abrollen machen. Der Hype, natürlich ist der Markt jetzt groß und es geht in die Richtung und alle wollen abholen und so weiter und so fort. Was natürlich stimmt, ist, dass wir immer verspannter, immer verkürzter und immer mehr in Positionen hineingezwängt sind im Alltag, die uns zu Verkürzungen und Verklebungen in gewissen Muskel-, Faszien-, Gelenkspartien eben hineinführen. Dazu ist entweder der Weg zum Masseur, zum Physiotherapeuten, für Bewegung, für Mobilisationen eben der eine Weg und der andere Weg ist Selbstmassage über eben zum Beispiel Faszienholen. Da gibt es unterschiedliche Angebote, wenn man mit Faszientechniken anfängt, ist es ganz gut, eben das Weichereis zu nehmen, dass man mal reinschaut. Am besten ist aber da wirklich eben zum geschulten Personal zu gehen und da schauen eben, wer sich da auskennt, zum Profi hinzugehen und da mal reinzufüllen. Weil, wenn man selbst am Anfang sagt, das ist ja wahnsinnig, das tut höllisch weh. Es soll nicht so weh tun, dass wir eben vor Schmerzen schreien, sondern es soll einfach wirklich eben eine Massage sein, es soll ein wohles Weh sein. In diese Richtung eben auch. Wenn man schon fortgeschrittener ist, dann spürt man oft mit den Kunststoffrollen fast nichts mehr. Dann ist es besser eben zu den Holzwollen, die wir bei uns, bei Corpus Motum haben, eben überzugehen und dann mit denen zu arbeiten. Wo man natürlich nicht, wie wahnsinnig drüber wollen soll, sind Muskelsehnenansätze, wo man dann wirklich dann auf der Knochen- und Bindehaut, also auf der Beinhaut eben drauf ist und dann eher Entzündungen verursacht. Sondern wir sind wirklich am Muskelbauch und schauen, dass wir eben die Faszien eben dort auch lösen, wo viel Weichteil ist. Natürlich punktuell, wenn Zwischenruhungen so Schmerzen sind, kann man da schon reingehen, aber dann nicht jedes Mal reizen bei gewissen Punkten, wo dann wirklich nur ein Hautzehnen in den Knochen ist. Dazu wirklich zum Physiotherapeuten gehen, schauen eben, dass der wieder anständig hinkriegt in die Richtung. Schaut bei den Rollen, müsst ihr nicht die teuersten nehmen, versucht es im Sportgeschäft aus, wenn ihr schon eben gewisse Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr in einer Tungruppe seid oder einer Fasziengruppe seid, dann schaut euch die Rollen an, redet mit eurem Vortragenen drüben, der euch dann genau sagt, was für ein Modell eben verwendet werden kann. Also das ursprüngliche Gerät, was da eben gegeben hat, war dieser Black Hole. Der ist ganz gut, der hat eben von dem her keine Noppen und es ist da ganz angenehm, irgendwie draufzulegen. Dann gibt es eben andere Modelle, die jetzt da eben viel mit diesen Noppen sind, wo du dann halt in gewissen Punkten, Aufträgerpunkten auch reingehen kannst. Von dem her sage ich, man kann sich Geld sparen, indem man einfach sagt, man nimmt das Nudelholz, einen Tennisball und versucht in die Richtung zu arbeiten. Wenn man das aber nicht will und wenn man sagt, okay, einen sind die 20 Euro egal, dann schaut euch das einmal an. Probiert unterschiedliche Rollen aus, eben am besten irgendwo, wo ihr im Kurs seid. Und es ist halt dann so, wenn ich es regelmäßig mache, dass es wirklich dann eben mit den weichen Rollen nicht mehr so effektiv ist. Und dann brauche ich eben härteren Rollen. Also, weckt das ein bisschen selber ab. Okay. Ich hoffe, das Video war nützlich für euch. Wenn euch diese Videos interessieren, abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut Patrick Rodhoffler.